gut leute willkommen zu einem der letzten leak videos ich weiß nicht ob vor dem release noch drei tage ob jetzt noch wirklich irgendwas bekannt gegeben wird wenn ich würde das letzte video zu den leaks sein ab dem release tag wird es auf jeden fall guides geben das kann ich schon mal sagen wer bockt hat ich versuche so gut wie alles irgendwie zu guiden also wenn es am ende 100 guides bis ende des jahres sind dann das ist übertrieben vielleicht 50 bis ende des jahres ich versuche pro tag einen raus zu ballern ja wirklich voll alles was geht nie auf dem kanal den ganzen auszubauen dass wir hier news patch notes wenn man irgendwas kommt also alles was zu pokémon kamisin und popo ist wird es hier an videos geben aber kommen wir zu den leaks ich möchte vorweg sagen leute das sind leaks wer das nicht wissen möchte bitte wegklicken ja aber wenn ihr eigentlich sowas anklickt dann wollt ihr eigentlich sowas wissen also wir gehen erstmal um die es geht erst mal um die beiden legis dann geht es um die paradox pokémon und um die 100 also nicht 100 prozent weil es kann immer noch ein zwei mehr werden aber zumindest zu den aktuell geleakten editionsunterschieden fangen wir mal an mit den legis also wir haben hier erst mal miradon miradon ist wo haben wir es hier die ganzen werte da miradon ist drache kampf wir haben wir für die leute die die ganzen werte vielleicht interessieren wollen auch noch mal die ganzen werte aufgeschrieben seine fähigkeit ist urikalkum das muss ich irgendwie an jugio denken urikalkumpuls erzeugt automatisch sonne wetter also also sonne das wetter und erhöht den angriff im sonnenlicht sonnenlicht verstärkt feuerangriff und reduziert schaden von wasserattacken muss ich im vorfeld sagen verstehe ich nicht so 100 prozent weil er ist typ drache kampf und er ist jetzt nicht unbedingt der eine wasserschwäche groß hat und feuerattacken ist auch nicht sein sein fokus verstehe ich nicht so ganz seine signature attacke ist kollisionskurs stärke 100 kampf typ 100 prozent genauigkeit bonusschaden bei effektiven treffer so gut ist die kamezin oder das kamezin legendäre koreidon ist mit drachen kampf ein starker typen kombination aber hat doppelt doppelt schwach gegen fe das uswet monster ist schnell und schlägt physisch sehr hart zu dabei sind die defensiven werte auch außergewöhnlich hoch die fähigkeit aktiviert sonniges wetter sowie kraudon wovon koreidon aber nicht direkt profitiert aber seine paradox begleitern zusätzlich ist der attacken boost gold wert um mit starken step moves alle mit 1 oder 2 treffern zu besiegen er ist auf jeden fall sehr schnell bestimmt auf jeden fall zu den paradox formen kommen wir gleich noch also miradon leute das leggi von ja violett ist drache elektro fähigkeit des hadron engine erzeugt automatisch ein elektro fällt und die hat eine und erhöht die spezialangriff im feld elektrofelder stärken elektro attacken und verhindern einschlafen finde ich vom boni geiler weil natürlich der jetzt auch elektro attacken hat und es pusht sich selber die signature attacke ist elektro drift stärke 100 typ elektro 100 prozent genauigkeit bonusschaden bei effektiven treffern ist das gleiche wie auch bei koreidon so gut ist das purpur legendäre miradon setzt auf die gleichen typen kombinationen die schon zekrom so gefährlich machte drache elektro ihr habt einen schnellen einen der schnellsten spezialangreifer im spiel der fast alle gegner mit nur einem treffer ausschaltet passt nur auf boden pokémon auf da auch der drachentyp hier die elektro schwäche nicht aushebelt also passt auf jeden fall ein bisschen auf wenn ihr mit dem spielt so dann schön aber noch ein paar fortwägungssachen leute man kennt sie auf jeden fall dass wir hier wir können im prinzip fliegen klettern schwimmen und sogar eine art motorrad transformieren also wir haben auf jeden fall mehrere möglichkeiten über die welt zu reiten das kennen wir schon aus ganz ganz vielen trailern so kommen wir zu den exklusiven pokémon und es sind relativ viele wo haben wir uns hier aufgelistet wo haben wir es denn hier alle exklusiven pokémon haben wir hier so und hier haben wir ein bild das bild leute diese pokémon sind für kamesin und die vier violett und es sind doch ein paar mehr ich muss sagen ich bin eigentlich ganz zufrieden weil ich gerade tricke farlo und auf jeden fall auch despotar gerne spielen wollen würde später wohl ich brutolanta auch gerne haben möchte und auf jeden fall hier azuglades ich finde aber ist okay das einzige was jetzt so ein bisschen die sache ist leute was man ein bisschen bedenken muss ist ich fahrt mich ganz raus und ihr wird auch nicht geschrieben wie es abläuft es gibt ja die neuen paradox formen und das sind zum beispiel die paradox formen aus violett und was euch hier auffällt ist dass zum beispiel despotar und tricke farlo hier auftauchen obwohl es kamesin legendäre also also kamesin exklusive pokémon sind tauchen die zwei formen unter violett auf ich bin nicht 100% wie das abläuft das wird auch nicht beschrieben eine vermutung wäre jetzt dass man vielleicht wie früher bei ganger den ich sage dass man despotar zum beispiel nach violett schicken muss und da gibt es irgendein ereignis dass das despotar zu dem neuen despotar wird oder man muss ein pupitar rüber geben und das wird dann automatisch zu einem anderen despotar wenn man das da an gewissen orten entwickelt das wäre jetzt so meine vermutung wie das aufgebaut ist weil das macht ja sonst ehrlich gesagt nicht so ganz viel sinn hier ist auf jeden fall geschrieben wichtig ist dass es aussieht als wären die 14 paradox form fixe spawns keine wilden begegnungen es gibt zwar einen paradox despotar aber keine vorentwicklung dazu zudem haben alle vergangenheit und zukunftsformen enorm hohe status werte 570 bis 590 laut leaks also laut leaks theoretisch sind auch die beiden cover legendären koraidon und miradon paradox formen na gut das stimmt ja koraidon vergangenheit miradon die zukunft die frage ist einfach nur wie ist es aufgebaut da gibt es ja wirklich jetzt gar keine information zu die 100 prozent ist weil es wäre ja ziemlich sinnlos in anführungszeichen warum soll es in in kamesin lavita pupita despotar geben aber das neue despotar nur als fixen spawn in violett wissen was ich meine das macht ja keinen sinn ich glaube eher dass das so aufgebaut ist dass wir die wie tauschen müssen das ein bisschen mit interaktion mit spielern darauf ausgelegt ist weil das weiß nicht macht das für mich nicht so extrem viel sinn dass das so aufgebaut werden sollte also könnt ihr mal gerne die kommentare schreiben wie ihr das seht glaubt ihr dass man die tauschen muss glaubt ihr dass man es wird ein video geben sobald das 100 prozent feststeht wird es ein video geben weil hier sehen wir es auch noch mal zum beispiel kamesin haben wir hier prinzip magneton brutal lander wir haben hier später für dlcs zu ikon aufgelistet und bei violett haben wir viridium aufgelistet auch noch mal sehr interessant ich glaube einfach nicht ich glaube dass wir tauschen aber im endeffekt wissen wir es nicht 100 prozent aber ihr wisst zumindest dass es die paradox formen gibt die aufgelistet sind ich packe euch auch die links in die beschreibung schaut da gerne rein wenn ihr bock habt lest euch nochmal durch und dann sehen wir uns hoffentlich ab freitag in videos es wird noch ein discord geben wer bock hat wo es über infos austauschen da werde ich wahrscheinlich am sechzehnten oder am siebzehnten ein kleines video hochladen wo ich den discord link reinsetze und den ganzen kram und dann zukunft oder videos dass ihr auch da in discord kommen könnt falls ihr bock habt uns auszutauschen auch für tauschen für news fürs zocken von pokémon kam sie nur purpur also euch noch einen schönen tag wir sehen uns und ciao